Nächstes Level! Ich muss mal grad was trinken. Auf jeden Fall sind wir jetzt auch so ein Wahl-Teil. Keine Ahnung. So. Und die speciale Funktion mit denen hier ist halt, dass wir auch so FUMM FUMM machen können, wie die uns auch vorhin angegriffen haben. Und ich würde jetzt einfach sagen, gehen wir eine Ebene nach unten. Und hier gibt's wieder andere kleine Quallen, die anders aussehen. Ich mag die irgendwie mit ihren kleinen Schwänzchen. Die sind voll süß. Wie die sich jetzt drehen. Die sind halt irgendwie Wal, Delfin. Eher Delfin. Äh. Ja. Oh, dann können wir ja schon wieder eine nach unten gehen. Tchuuu. Und jeder Charakter hat halt so eine eigene Farbgebung. Und äh. Ja. Man kann das aber auch ändern. Spielern. Also, man kann so einen kleinen Trick machen. Ähm. Oh, das geht ganz gut hier mit dem. Ähm. Man kann so einen kleinen Trick machen. Man kann einfach zwei Spieler anmachen. Äh. Und dann kann... Also, man kann das Spiel auch mit zwei Spielern spielen. Ich glaub... Ich weiß gar nicht, ob man das auch mit mehr Spielern spielen kann. Aber ich glaub, zu zweit macht das auch ziemlich Bock. Ähm. Weil ich schätze auch mal, dass man dann einen größeren Bildausschnitt hat. Von... Ähm. Ja. Und der Trick ist halt... Ähm. Dass man... Dann den einen Spieler einfach in irgendeiner Ebene stehen lässt. Und dann kann man mit zum Beispiel... Der... Charakter aus dem dritten Level ins erste gehen. Und da hat man das dann zum Beispiel für ein paar Trophäen einfach ein bisschen einfacher. Einfach. 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 So. Der ist auf jeden Fall sehr gut geeignet. Hierfür. Füpp. Ich hab halt immer Schiss, dass ich so... In, äh... So ein Aufsteig-Absteig-Ding reinrassle. Aber das geht hier mit dem... Super gut. Muss halt nur... Zielen. Und wir sind größer geworden. Wir haben jetzt zwei große Napsis in der Mitte. Warten wir da nur einen. So. Aber ich glaub, wir haben jetzt hier alles. Dann weiter nach unten. Hier ist glaub ich auch ne Aufladestation. Da ist noch so ein Teil. Das will ich haben. Äh... Da ist noch so eins. Fopp. Da ist noch eins. Fopp. Das ist halt mit dem hier schon... Also im Gegensatz zu der großen Quale ist das schon... Ein sehr... Viel besseres Feeling irgendwie für die Steuerung. Oh. Die können uns betäuben mit ihren komischen Sachen da. Das heißt, wir dürfen keine von diesen gelben... Oh. Sachen essen. Weil dann können wir nicht den hier machen. So. Weil die werden nach ner Zeit auch wieder normal. Ach, hier ist das Läppel. Ach, jetzt hab ich das schon wieder gefressen. So. Meine Güte. Oh, jetzt hab ich schon wieder eingefressen. Aber wie ihr seht... Ähm... Da sind wir auf jeden Fall auch so ein... So ein Ding hier. Die können sich auch unsichtbar machen, wie wir hier grad sehen. Ne. So. Ich muss euch alle kaputt machen. Oh, jetzt hab ich schon wieder so ein Teige gefressen. So. Das ist halt bei Wändigen ein bisschen doof. Hm. Ah, da drüben hab ich noch einen gesehen. Oh. Ne. Den wollte ich nicht. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Blüht der Entheon. Da ist blau. Da. Dich möchte ich haben. Dankeschön. So, hier war noch irgendwo... Da... Hab ich was Betäubtes gesehen. Dann bist du auch nicht weit davon entfernt. Aber ich glaub, das war's jetzt. Ich hab... Meine Füße sind so kalt, ne? Ich hab schon eine Heizung angemacht auf 5. Die ist auch knüppelheiß. Aber ich hab noch meine ollen Schuhe an. Die hätte ich mir eigentlich mal ausziehen können. So. Ich glaub, das war's hier. Können wir jetzt auch einen nach unten weiter gehen. La, 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 la. Fapp. Na. Nimm ihn. Okay. Direkt. Zwei abgegriffen. Und ihmchen. Wo bist du? Wo bist du hin? Wo bist du? Da ist der Rote. Manchmal hab ich irgendwie das Gefühl, ich hier irgendwo festhänge. Hm. Hier jetzt zum Beispiel. Hä? Was ist denn da? Ach, keine Ahnung. Da. Ich hab grad gesehen, durch dieses... Durch diesen super... Geht uns, glaub ich, hinten Energie verloren. Das heißt, wir dürfen das eigentlich nicht allzu oft benutzen. Also, allzu oft benutzen, nur um irgendwie voranzukommen. Da, da bist du. Nie abhauen! Was hab ich eben noch gesagt? Nicht zu oft benutzen, aber jetzt haben wir ihn hier. Der war wunderbar gejagt. Da muss ich mich grad mal selbst für loben. Ähm. Ja, und dann können wir auch schon wieder einen nach unten gehen. Da unten seh ich irgendwas leuchten. Ist das schon... Nee, das kann eigentlich noch nicht ein Ei sein. Nee, das sind nur Schwärme irgendwie von irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Ich bin mal dafür, dass irgendwann mal GTA Vice City endlich mal im Store im Sale ist. Ich hab mir letztens ganz viele Spiele gekauft, die alle im Sale waren. Da war nämlich zum Beispiel Abzu bei. Oder? War Abzu dabei? Doch. Ich mein schon. Ähm. Weil... GTA Vice City ist, glaub ich, das einzige Spiel auf meinem Wunkzettel gewesen, was ich da nicht runtergeladen hab. Weil es halt nicht im Sale war. Und ich hab mir, ähm... Trials Fusion hab ich mir runtergeladen. Ähm... Was hab ich denn noch? Äh... Trackmania... Weiß ich nicht, wie der Teil heißt. Äh... Abzu, hab ich ja schon gesagt. Aber da unten sind wieder diese komischen... Oh, jetzt hängt das hier wieder. Weiß auch nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall, wir können hier nach unten gehen. Hier oben ist nix mehr. Hallo. Hallo. Gold, ne? Da war ein Insider. Den keiner erkennt. Das war super. Da unten sind Quallen. Oh, super. Wir sind nach oben gekommen. Weil... Energie. Na, fressen, fressen, fressen. Ich glaub, das zieht uns Energie, wenn wir uns so bewegen. Auf jeden Fall war das ein bisschen doof, weil... Ich bin in so ein Kugelteil reingeschwommen. Und, äh... Das hat mich dann in so ein... anderes Teil reingedrückt. Halt, nicht so geil. Das war gut. War ja auch wieder so ein Betäuber, so ein Oller. Mag ich nicht. So. Hier ist noch eins. Bäh, bäh! Bäh! Oh, Screenshot, Mann! Hallo! Das geht halt mit dem hier ein bisschen besser als... Mit der Qualle. Weil das Ding hier einfach wendiger ist. Fömm! 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 So, jetzt sind wir auch wieder ganz gut dabei. Hier haben wir schon schöne Flügelchen bekommen. Die sind relativ groß. Ich glaub, das war jetzt hier unten noch... Da hab ich, glaub ich, irgendwann was gesehen. Ne. Doch, ne. Ich guck nochmal hier, ob hier noch irgendwas war. Sieht aber nicht so aus. Nur noch kleinen... Bäh! Scheiß! So, wo bist du? Mr. Roach. Da ist Mr. Roach. Und hier geht's ab. Wir sind alle ganz böse auf uns. Wir haben gleich keine Energie mehr. Glaube ich mal. Ich hab das immer noch nicht so ganz verstanden. Ah, dankeschön. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, was... was der Schwanz hier genau ist und was diese Kringelchen genau sind, die wir in unserem Körper tragen. Aber ich weiß, wir müssen andere Viecher töten. Das haben wir grad sehr gut hingekriegt. Eh. Eh. So. Dann noch eins. Ähm. War's das? Ich glaub das war's schon wieder. Hm. Gut. Dann ab nach unten. Ach, die sind hier... War das mit Leuch... Mit Leuch los. Die sind sehr... Ich mag die nicht. Weil die schwimmen weg. Die haben voll Schiss vor einem... Ich möchte nicht da rein. Ich möchte nicht da rein. Oh. So. Den haben wir getötet. Da schwimmt das Teil rum. Sehr schöne Flügelchen. Wart ist das schon wieder? Mehr nicht? Da ist der blaue. Ich glaub das war's schon wieder. Eine Etage tiefer. Da ist rot. Eh. Okay, was könnt ihr? Okay, ihr könnt mich auch... angreifen. Ich hab grad gesehen, da unten ist was Großes wieder. Ah. Ah, der war gut. Der war auch gut. Ich hab das Gefühl, dass das hier so ein bisschen gewölbt ist. Dass der hier nach unten schwimmt irgendwie. Das kann aber auch nur irgendwie eine optische Täuschung sein. Was denn nun los? Ich bin glaub ich nach unten geschwommen. Ja, ich bin nach unten geschwommen. Ich will nach oben. Okay. Nee. Das kommt halt mal vor, wenn man hier so rumdüßt, ne? So. Das wäre jetzt natürlich logisch, wenn ich dieses rote Ding mit nach unten nehmen würde, um die Großen zu bekämpfen. Kämpfen. So. Wo seid ihr? Da seid denn noch welche? Da seid denn noch welche? Ja, Junge. So. Du bist tot. Du bist auch tot. Wo hat das jetzt? Roter Nebel. Ich glaub das war's. Gut dann, ab nach unten. Yay. Okay, der ist unsichtbar, unsichtbar, unsichtbar. Jetzt nicht mehr. Und nicht mehr betreibt. Wunderbar. Ich hab schon wieder irgendwas gefressen. Was ist denn los? Ähm. Blau. Blau sieht man jetzt grad hier ein bisschen schlecht. Das ist blau. Äh. So. Äh. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich hab dich gesehen, du Arsch. Wunderbar. So. Da bist du. Kannst mich mal. Mach dich sichtbar. Dankeschön. So. Da ist blau. Und rot. Und ich glaub das war's. So. Da müsste jetzt auch, glaub ich, nicht mehr viel kommen in dem Level. Das wird jetzt hier noch mal ein bisschen chaotisch, weil mich jetzt nicht mehr viel kann's hier alle angreifen, aber ich kann die genauso gut angreifen. Deswegen könnt ihr mich mal alle. So. Ah, da ist noch einer. Hopp. Ah ne. So. Ne. Ne. Das wollte einfach nicht kaputt gehen. Wo willst du hin? Ah, jetzt greift der gleich an. Ah. Versagt. Oh. Haben wir neue Flügel gekriegt? Ich glaub schon. Irgendwas ist da grad so flopp. Ich hab das Gefühl, wir sind größer. Da ist rot. Mal grad mal gucken. Da unten geht auf jeden Fall noch was ab. Also ich schätze mal mindestens noch zwei Ebenen. Da ist rot. Ach. Ja. Der hat mir das blaue weg gegessen. Ich suche blau. Ich suche nicht. Ach, jetzt hab ich den Screenshot gegessen. Ich bin doch nur nach oben. Da ist blau. Hey. Hey. Oh scheiß blau. Ach. Da ist der Screenshot. Wie. Da ist blau. Da ist blau. Da. Nein. Er hat es mir weggenommen. Schon wieder. Blau, blau, blau. Da ist rot. Da ist nix. Da ist blau. Nein. Der hat das schon wieder aufgegessen. Ich hab komische Musik gerade vernommen. Ich weiß nicht, wo sie herkam. Äh. Frage. Ich glaube, ich muss nochmal nach oben. Ich glaube, ich bin eben zwei runter geschwommen, oder? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Da ist blau. So. Gerade mal gucken. Naja, anscheinend war es nur einer. Ein. Einer. Der Ebene. Hier gab es auch nicht wirklich was. Oh, der hat sich das alles umsonst gemacht. Nimm es doch. Nimm es in den Mund. So, wo ist rot? Da ist rot. So. Jetzt gibt es hier aber Fratzengeballer doch. Schön, wenn ihr hier alle so auf einem Haufen rockt. Ich brauch die gelben Dinger muss ich kaputt machen. Geil. Das ging ja mal fix. Boah, wir haben voll die geilen Flügel. So. Und da ist auch schon der Kern. Und ich glaube, man sieht auch immer, was als nächstes kommt hier unten. Also die kleinen Sachen, die hier so rum schwirren. Ähm. Hab ich ihn jetzt gefressen? Ne, hab ich nicht. So, jetzt hab ich ihn gefuttert. So. Boop! Boop! Boop, boop! Boop!